Ach, der Herr Mittermeier, da hat man es aber ein bisschen eilig, was? Ich kann nichts machen, ich fahre hier, ich bin hier noch, ich mache drüber noch, ich fahre da, nein, das ist klar, ich... Ich habe es nicht auf der Fahrt gemacht. Herr Mittermeier, haben Sie was getrunken? Ein bisschen leicht. Rivella, Erfrischung mit Schweizer Akzent? Rivella, Erfrischung mit Schweizer Akzent?